Ich möchte euch daran erinnern, dass es wichtig ist, dass wir bleiben, dass wir bleiben in der Lehre der Apostel, dass wir bleiben im Gebet, dass wir bleiben im Brotbrechen, was bedeutet, dass wir einerseits teilen miteinander, was Gott uns gegeben hat, aber dass wir dabei auch immer uns daran erinnern, was er für uns getan hat, was wir auch besonders im Abendmahl tun und dass wir bleiben in der Gemeinschaft und es ist schwierig, schwierig wirklich, Geschwister, aber es ist nicht unmöglich. Deswegen lasst uns nicht vergessen, wenn du glücklich und zufrieden bist in deiner Familie, in deiner WG, mit deinen Freunden, vielleicht gibt es Geschwister, die einsam sind, die lange keine Kontakte mehr so richtig hatten, ruf an, lad jemanden ein, nehmt ihr Zeit, nehmt euch Zeit, euch zu treffen mit Geschwistern. Wir haben keinen Kaffee, wo wir uns begegnen können, ne, zur Not geht die Gemeindeliste durch, wen habe ich lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gesprochen. Lasst uns das wirklich tun, miteinander und füreinander. Weil der Teufel liebt es, Spaltung anzurichten. Er, seine Strategie ist es, Menschen in Isolation zu bringen und wir kennen seine Schliche und wollen nicht, dass er Raum gewinnt in uns und unter uns. Deswegen lasst uns da dranbleiben, wirklich. Und darüber hinaus auch Menschen, die nicht zu Jesus gehören, in den Blick zu nehmen, die vielleicht noch viel mehr deprimiert und niedergedrückt sind, die Ermutigung brauchen. Okay, lasst uns ins Wort gehen. Und da gibt es heute Morgen, gibt es eine, Moment, einen Augenblick. Ja. Okay, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, entschuldigt bitte. Also, eine wunderbare Erkenntnis in Sprüche 30, Vers 15. Wir lernen was ungemein Wichtiges, nämlich, der Blutegel hat zwei Töchter. Wusstest du das schon? Wer nicht, jetzt weißt du es. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her, gib her. Die zwei Töchter sind Zwillinge. Sie heißen gleich. Gib her und gib her. Das ist natürlich poetisch. Das ist Poesie, hebräische Poesie des 10. Jahrhunderts vor Christus. Vielleicht spricht dich das nicht so sonderlich an. Aber es hat uns viel zu sagen, Geschwister. Der Blutegel ist ein Tier, was sich festsetzt auf der Haut eines Tieres oder eines Menschen. Und es saugt das Blut heraus. Ein Blutsauger. Gib her, gib her, gib her. Wisst ihr, es gibt einen, der ein Aussauger ist. Das ist unser Widersacher, der Teufel. Und er möchte gerne uns anzapfen und aussaugen. Und so fühlt sich das dann oft an. Ausgesaugt, ausgelutscht. Gott ist aber nicht so. Er ist der Gott des Lebens. Er hat das Leben geschaffen. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist derjenige, der gibt und gibt und gibt und gibt. Aus ihm kommt alles Gute. Er ist die Quelle des Lebens. Gott ist kein Blutegel. Jetzt geht dieser Vers weiter hier. Mit drei sind es, die nicht satt werden. Vier, die nicht sagen genug. Also hier wird sozusagen das weitergeführt. Wir haben zwei Töchter. Gib her, gib her. Dieses Doppelte verstärkt sozusagen dieses Aussaugen, dieses Ziehen. Ich will haben, ich will haben. Das, was an uns herantritt und es aussaugt. Doppelt. Ja, jetzt werden sogar drei Dinge genannt, sogar vier. Und dieses drei sind es, vier. Das kennen wir schon aus den Sprüchen. Wir hatten das mal in Kapitel 6 vor langer Zeit. Da hieß es sechs Dinge. Ja, sieben. Das ist so eine poetische Form. Es ist wie so ein Spiel, wo du, wir haben so ein Spiel zu Hause, das heißt Just One. Und dann hast du eine Gruppe von Leuten und jeder hat so eine Karte, wo er einen Begriff draufschreiben kann. Und zwar geht es darum, einen Begriff, der rausgesucht wird, zu erklären. Aber jeder muss das für sich machen. Jeder muss sozusagen einen passenden Begriff zu dem Begriff, der gesucht wird, aufschreiben, als Hinweis für jemanden, der diesen Begriff nicht kennt. Und dann entsteht ein Bild von, was weiß ich, drei, vier, sechs, sieben Begriffen, die alle mit diesem einen Begriff zu tun haben. Aber das Wort ist ein ganz anderes. Man darf nicht das Wort oder die Wortteile von dem Wort verwenden. So hast du dann sieben Begriffe da stehen und die sind alle bezogen auf dieses Wort. Und jeder, der sich seinen Begriff gedacht hat zu dem Wort, denkt so, ja das ist doch eindeutig. Passt doch genau. Und dann werden all diese Begriffe zusammengefügt und da stehen völlig unterschiedliche Begriffe. Und derjenige, der da jetzt reinkommt und sieht diese Begriffe, der denkt, wie gehören die denn zusammen? Auf welches Wort ist das denn bezogen? Und für die anderen, die das kennen, die sagen, ist doch klar, logisch. Gott hat uns hier kein Rätselwort reingegeben, denn wenn wir sehen, was er hier für vier Hinweise, sozusagen für vier zusammenfügt, die alle irgendwie was gemeinsam haben, dann denken wir, wie kann man das denn jetzt miteinander verbinden? Er nennt sie in Vers 16, der Scheol und der verschlossene Mutterleib, die Erde, die an Wasser niesert wird und das Feuer. Also du hast Scheol, verschlossener Mutterleib, Wasser, Feuer. Was haben die alle miteinander gemeinsam? Keine Ahnung. Aber Gott erklärt es uns ja und das ist ja, dann brauchen wir uns nicht irgendwie zu grämen oder groß zu rätseln. Aber das ist sozusagen diese poetische Form, es ist so ein Spiel. Man stellt verschiedene Dinge zusammen, drei Dinge, ja noch eins, vier. Man könnte es vielleicht noch erweitern, da könntest du noch mehr Beispiele finden. Aber es sind jetzt drei oder vier. Und das kommt hier noch mehrmals vor in den folgenden Versen, aber wir bleiben bei diesen zwei Versen heute. Zwei Töchter, drei, vier. Worum geht es? Nicht genug. Es reicht nicht. Es hört nicht auf. Gib her, gib her. Ich will haben. Und das erste, was er hier nennt, ist der Scheol. Was ist der Scheol? Das ist, in der Elberfelder Übersetzung wird es immer so als hebräisches Lehnwort stehen gelassen. Das Scheol ist das Totenreich. Und wir hatten das schon in Kapitel 27, Vers 20, wo uns gesagt wird, dass der Scheol nie genug hat. Dass das Totenreich nie genug hat. Es wird nie die Situation geben, dass ein Mensch am Sterben ist und das Totenreich sagt, hey stopp, wir sind voll. Geht jetzt nicht. Das wird es nicht geben. Es ist immer noch ein Platz frei. Und alle Menschen, die geboren sind, sind geboren, um irgendwann zu sterben. Und Gottes Wort sagt, bedenke, dass du, Jörg, sterben wirst, auf das du klug wirst. Es geht nicht an uns vorüber. Dieser Kelch geht nicht an uns vorüber. Er trifft mich. Eines Tages. Ich weiß nicht wann. Und er trifft einen jeden meiner lieben Mitmenschen. Eines Tages. Ich weiß nicht wann. Denn der Scheol wird nie satt. Gib her. Gib her. Der verschlossene Mutterleib. Ein komisches. Eine komische Zusammenstellung. Hier ist auf der einen Seite der Tod und auf der anderen Seite das, wodurch Leben entsteht. Eine Frau, die ein Kind empfängt und bekommt. Eine Frau, in deren Leib, in dem Mutterleib, in dem ein Kind heranwächst. Aber hier wird gesagt, es ist der verschlossene Mutterleib. Es ist die Frau, die keine Kinder bekommen kann, die unfruchtbar ist. Und alles, was investiert wird, alles, was getan werden kann, es bringt nichts. Es entsteht keine Frucht. Eine Frau, die 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 so etwas widerfährt, sehen wir in 1. Mose 30. Es geht um Rahel. Sie ist verheiratet mit Jakob. Und Jakob. Und Jakob hatte sie besonders lieb gehabt und wollte sie heiraten. Laban aber hat ihm seine andere Tochter, seine ältere Tochter Lea untergejubelt in der Hochzeitsnacht und hat ihn dadurch gebracht, dazu gebracht, noch weitere sieben Jahre für ihn zu dienen. 14 Jahre und hat dann auch seine andere Tochter ihm zur Frau gegeben. So hatte er zwei Frauen. Dass das keine gute Sache ist, kannst du erfahren, wenn du die Geschichte von Jakob, Lea und Rahel liest. Das ist keine gute Sache. Polygamie ist keine gute Sache. Sie ist nicht von Gott ursprünglich so gedacht gewesen. Er hat damals, als er den Mann geschaffen hat und gesagt hat, das ist nicht gut, dass dieser Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Frau machen. Und er hat ihm eine Frau gemacht. Und er hat gesagt, diese zwei, sie sollen eins werden. Ein Fleisch. In der Liebe vereint. Das ist mein Ebenbild. Ein Mann und eine Frau in der Liebe vereint. Sie sind mein Ebenbild. Und ja, das Ebenbild vervollständigt sich darin, dass diese beiden in der Liebe vereint Frucht bringen. Und aus ihrer Liebe heraus ein Kind entsteht. Also, es war eine Menge Chaos in der Familie von Jakob. Zwei Frauen. Eine Frau, die Kinder bekommt. Die andere, die keine Kinder bekommt. Und dann sind es auch noch Schwestern. Schwierige Konstellation. Also steht hier in 1. Mose 30, Vers 1. Als Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig. Und sie sagte zu Jakob, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich lieber. Aber sie ist verzweifelt. Sie möchte am liebsten sterben. Weil der Zustand so demütigend ist. Sie ist so entmutigt. Und sie geht zu ihrem Mann und sagt, gib her, gib her. Mach mir ein Kind. Warum machst du es nicht? Was sagt Jakob dazu? Jakob ist kein weiser Mann. Ein weiser Mann ist schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nichts Gutes. Jakob aber, anstatt seiner Frau zuzuhören und sie zu ermutigen und ihren sehr engen Blickwinkel zu weiten, ihr Hoffnung und Mut zu machen und sie mit ihr zusammen ins Gebet zu gehen, zu Gott zu gehen, was macht er? Er wird zornig. Er fühlt sich angeklagt. Er fühlt sich in die Ecke gedrängt. Er fühlt sich, er empfindet, dass sie ihn anklagt und zur Rechenschaft zieht, was sie ja in gewisser Weise auch tut. Aber anstatt weise zu handeln und sie herauszuführen aus dieser falschen Perspektive, klagt er sie selber an. Er vergilt Gleiches mit Gleichem, Böses mit Bösem. Er haut noch mal drauf. Fromm haut er drauf. Dann brannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Gott, ich bin noch nicht schuld. Gott ist schuld. Da musst du mit Gott drüber reden. Ich habe da keine Aktien drin. Und es ist lieblos. Aber es ist wahr. Am Ende kann Jakob natürlich nichts dafür. Und es ist tatsächlich Gott, der ihr das vorenthält. Wie Gott uns allen, uns Menschen, uns allen viele Dinge vorenthält. Er gibt sie uns nicht. Wir sagen, wir Menschen sind ja so drauf wie Blutegel. Gib her, gib her. Aber Gott gibt sie uns nicht. Er hat Adam und Eva aus dem Garten hinausgeschickt. Er enthält ihnen vor die wunderbare, selige Gemeinschaft mit ihm. Er kann und will mit der Sünde von uns Menschen nichts zu tun haben. Und wisst ihr, dass hier diese Frau keine Kinder bekommt? Das liegt nicht daran, dass sie in besonderer Weise gesündigt hat. Nein, wir alle sind Sünder. Und uns allen ist das Gute und der Segen Gottes vorenthalten. Und dass wir dennoch Leben haben für eine gewisse Zeit. Dass wir dennoch die Schönheit und das Wunderbare der Liebe vielleicht erfahren können in unserem Leben. Ja, dass wir vielleicht sogar Kinder bekommen. Was ist das alles? Gnade. Gnade von Gott. Wir halten es aber für das Selbstverständliche, für das Natürliche, für unser Recht. Das steht uns zu. Und wenn wir es nicht haben, klagen wir und sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein. Gib her, gib her. Gott gibt uns so gerne. Er gibt seinen Kindern so gerne gute Gaben. Aber Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Rale und Jakob beten nicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet zwar, aber ihr bittet in fleischlicher, in falscher Weise, weil ihr es in euren Lüsten vergeuden wollt. Jakobus macht deutlich. Hey Leute, das ist nicht selbstverständlich, dass das, was wir haben, dass wir das haben. Und Jesus hat es uns auch gelehrt. Er hat gesagt, betet so. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Warum lehrt er uns das, dass wir das beten sollen? Weil es nicht selbstverständlich ist. Weil es nicht etwas ist, wo wir sagen können, da habe ich aber ein Recht drauf. Wieso? Warum soll ich für mein tägliches Brot bitte, bitte sagen? Wisst ihr, dass diese klare Sichtweise, dass das, was ich empfange, was ich habe, das Leben, was ich von Gott habe, dass das Gnade ist, dass das ein Segen ist, den ich empfangen darf, wofür ich dankbar sein kann, ja und wofür ich auch bitte sagen sollte. Und dieses Denken, das ist uns oft so fern. Rahel und Jakob stecken da voll drin, in diesem Denken. Und ja, der Mutterleib, der verschlossen ist, er bekommt nicht genug, um Frucht zu bringen. Der Mensch, der verschlossen ist, er bekommt nie genug und bringt doch keine Frucht. So viel er auch empfängt, an Leben, an Kraft, an Segen, es wächst keine Frucht daraus. Es kommt keine Frucht daraus. Es ist eine dunkle Botschaft, oder? Bisher geht noch weiter. Aber seid getrost, am Ende kommt eine gute Botschaft. Die Erde wird auch nicht satt. Die Erde wird nicht satt. Die Erde, die an Wasser nie satt wird. Das ist ein Bild aus der Natur, der Wasserkreislauf. Es ist was Wunderbares, dass das Wasser kommt durch den Regen auf die Erde und dann können die Pflanzen, die dort wachsen können, das Wasser empfangen und können wachsen und das Wasser wird gereinigt durch die Erde und fließt dann wieder durch die Flüsse ins Meer und wird dann wieder durch die Sonne in die Luft aufgenommen, um dann wieder als Regen herabzukommen. Und so läuft das Wasser und es ist so ein riesiger Segen, dass es tut. Aber wenn du an so ein trockenes Stück Erde denkst und da regnet es drauf und der Regen hört wieder auf, was passiert? Das Wasser sickert in die Erde hinein und ist weg. Und die Erde, wenn die Sonne drauf scheint, ist wieder trocken und braucht wieder Wasser. Wo kommt das Wasser her? Ich brauche mehr Wasser. Wir hatten das jetzt eine Zeit lang, dass wir Trockenheiten hatten, oder? In Deutschland. Das ist schon wieder anderthalb Jahre her oder so. Gar nicht so lange her. Gut. Also wir haben mit Wasserknappheit schon, naja zu kämpfen haben wir nicht, aber wir spüren schon so ein bisschen, es könnte so kommen, dass in den nächsten Jahren immer weniger Wasser da ist. In anderen Ländern ist das gang und gäbe, die kennen das noch viel mehr. Und dann, was passiert, wenn kein Wasser nachkommt von oben? Der Grundwasserspiegel sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Das Wasser geht weg. Es wird nie genug sein. Nein, Gott hat es ja auch als Kreislauf angelegt, dass immer Wasser nachkommt. Aber wenn das Wasser dann mal ausbleibt, dann ist irgendwann alles trocken. ganz trocken. Die Erde braucht immer wieder, immer wieder Nachschub an Wasser. Das Feuer kriegt nie genug. Die Feuersbrunst, die Waldbrände, von denen wir sehen, von denen wir hören, ja teilweise auch in Deutschland hatten wir das schon erlebt. Waldbrände, die unglaublich schwer irgendwie wieder in den Griff zu kriegen sind. Denn das Feuer brennt, solange es Material hat, brennt es und brennt es. Und sagt, gib her, hast du noch was, was ich hier verbrennen kann? Solange Nachschub da ist, brennt die Flamme. Die Flamme brennt erst dann nicht, wenn kein Nachschub mehr da ist. Das Feuer, das nie verbrennt. Wisst ihr, und das geht noch weiter. Das Feuer, es gibt ein ewiges Feuer. Das Feuer der Hölle, das ewig brennt. Nie genug kriegt. Und das Feuer der Hölle ist ein Ausdruck der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr, Gott ist zornig über die Sünde dieser Welt. Wisst ihr, und es leben gerade wie viele Millionen, sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde? Wie viele Milliarden Menschen haben schon gelebt auf dieser Erde? Ich weiß es nicht, gibt es so Hochschätzungen irgendwie. Es ist eine Menge, eine Menge Menschen. Wisst ihr, Gottes Zorn über die Sünde ist groß. Warum? Weil die Sünde so zerstörerisch ist. So viel Ungerechtigkeit, was auf dieser Erde geschieht, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag. So viel Gottlosigkeit. Allein in meinem Leben. Und denkt ihr, Gott ist das egal? Nein, er ist ein verzehrendes Feuer. Gott selbst ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer 12, Vers 29. Sein Sohn, Jesus Christus, der Auferstandene, wie hat Johannes ihn gesehen? Mit flammenden Augen. feuerflammende Augen. Mit diesen feuerflammenden Augen kommt er auf dem weißen Pferd zurück, auf diese Erde, um die Gottlosigkeit zu richten. Ja, auch der Geist, der heilige Geist, es sind sieben Feuerfackeln, die vor Gottes Thron brennen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. All das ist Gericht. Gericht Gottes. Es gibt kein Ende. Nie genug. Ja, weil wir auch in unserer Sündhaftigkeit nie genug haben, oder? Das ist der Charakter der Sünde. Gib her, gib her. Ich habe immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug. Ich komme zur guten Botschaft. Ich weiß, ihr seid schon tierisch deprimiert. Es gibt Good News. Es gibt ein Evangelium. Ist das nicht wunderbar? Gott ist nicht nur heilig und gerecht, er ist auch barmherzig und gnädig. Und in Jesaja 25, Vers 8, spricht er eine wunderbare Sache schon aus im Alten Testament. 25, Vers 8, Jesaja. Den Tod verschlingt er auf ewig. Den Tod verschlingt er auf ewig. Diesen Scheol, der nie genug bekommt. Es gibt einen Tag, wo es vorbei ist mit diesem nie genug, nie genug, nie genug. den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. Lass uns im Neuen Testament gucken, 1. Korinther 15, Vers 22. Paulus spricht von diesem Ende und er zeigt uns ein bisschen detaillierter auf in diesen Versen, was passieren wird. Und nicht nur was passieren wird, sondern was schon geschehen ist auch teilweise. Vers 22, da steht, wie in Adam alle sterben. Nochmal der Zurückblick, der Tod, allumfassend. In Adam werden alle sterben. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Der Tod ist nicht das Ende. Es gibt eine Auferstehung der Toten. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung oder nach der Reihenfolge, die Gott bestimmt hat. Es gibt eine Reihenfolge der Auferstehung. Es ist eben nicht so, wie Juden zur Zeit Jesu teilweise glaubten, dass die Auferstehung etwas ist, was sozusagen einmal geschehen wird für alle und das war es. Nein, es gibt eine Reihenfolge in der Auferstehung und da sagt Paulus, der zuerst Christus, der Erstling Christus und das ist etwas, worauf wir schon zurückschauen, das ist schon geschehen. Jesus ist bereits auferstanden. Er ist in den Tod gegangen, wie wir Menschen alle und er ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod überwunden. So dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Es gibt eine zweite, einen zweiten Punkt in dieser Reihenfolge und das sind alle, die Christus gehören und das ist die Frage, die dich beschäftigen sollte heute, gehöre ich Christus. Wenn ja, dann hast du hier einen Grund zur Hoffnung, einen Grund zur Freude, denn es gibt einen Tag, wo Jesus wiederkommen wird und wo alle, die in Christus gestorben sind, die also an ihn geglaubt haben und ihm gefolgt sind. Auch wenn sie gestorben sind, sie werden leben in Ewigkeit, sie werden einen neuen Körper empfangen, wie Christus einen neuen Körper empfangen hat in seiner Auferstehung, einen ewigen Leib, so werden seine Kinder einen ewigen Leib empfangen bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Ankunft, von der Paulus spricht im 1. Korinther 4, Vers 13 folgende, die Ankunft für seine Gemeinde, wo er die Menschen, die ihm gehören, zu sich in den Himmel holt, es ist der Tag der Hochzeit des Lammes, wie es in der Offenbarung 19 heißt. Jesus kommt, um sich zu vereinen mit seiner Braut, seiner Gemeinde, alle, die zu ihm gehören. An diesem Tag werden alle, die gestorben sind bereits und zu Jesus gehören, auferstehen von den Tod. Was passiert aber mit denen, die zu dieser Zeit gerade noch leben. Paulus hat gesagt, wir, die wir dann noch leben, er dachte, das wird ein bisschen früher passieren. Er hat es gehofft, er hat es sich gewünscht, er hat dafür gebetet, Maranatha, komme bald her. Denn er hat gesagt, für mich wäre es schöner, wenn ich nicht erst sterben muss. Er hat das so ein bisschen in dem Bild ausgedrückt, 2. Korinther 5, das könnt ihr mal nachlesen, da spricht er von dem Zelt, von meiner körperlichen, leiblichen Existenz hier auf Erden, das ist wie in einem Zelt wohnen und ich wünsche mir, dass dieses Zelt nicht erst abgebrochen werden muss, sondern dass ich überkleidet werde. Ich will nicht erst ausgezogen, nackt werden, um dann meinen neuen Leib zu empfangen, ich möchte gerne am besten gleich in die Herrlichkeit Christi kommen. Und er sagt dann, die, die noch bleiben werden in 1. Thessalonicher 4, sie werden umgestaltet werden, auch hier in 1. Korinther 15 spricht er davon. Wenn dieser Moment in der Geschichte der Welt passiert, dann holt er die Seinen in seine Gegenwart, aber wir können so mit unserem vergänglichen Leib nicht in seine Gegenwart kommen, nein, er gestaltet uns um. Es ist eine ganz schwer zu fassende Sache, weil wir wissen nicht, wie das geschehen soll. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen, dass es mit Christus geschehen ist, dadurch, dass die Jünger davon erzählen, von seiner Auferstehung, aber wir wissen nicht, wie es mit uns sein wird. Aber wenn du eine Sehnsucht danach hast, dass das geschieht, dann kannst du eine Sache tun, du kannst dafür beten, Herr, komme bald, so haben die ersten Christen es getan, so haben es die Christen immer wieder zu allen Zeiten getan, so sollten wir es heute beten, Herr, komme bald. Ich möchte gar nicht erst sterben, ich möchte gar nicht erst, dass meine Geschwister, meine lieben Geschwister in den Tod gehen müssen, sondern dass wir umgestaltet werden. Es hört sich alles ziemlich spacig an, Science Fiction, aber wisst ihr, das war vor Science Fiction. Science Fiction, die ganzen Marvel Geschichten oder so weiter, die kupfern alle nur ab, wisst ihr, die kupfern alle nur ab. Das Wahre ist das hier. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaften und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Hier spricht Paulus auch von dem tausendjährigen Reich. Jesus wird dann mit seiner Gemeinde aus dem Himmel herabkommen und regieren, Gerechtigkeit schaffen, eine gerechte Welt. Und dann sagt er in Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Dann gibt es keinen Tod mehr, kein Sterben mehr, ja kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei, sagt Johannes in der Offenbarung. Und dieser Moment, wo der Tod abgetan wird, weggetan wird, das lesen wir in Offenbarung 20, können wir mal reingucken. Offenbarung 20 und Vers 11. Am Ende des tausendjährigen Reiches steht hier, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Also auch diese Erde hat irgendwann ein Ende. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, die Mächtigen und die Geringen. Offenbarung 20, Vers 11. Und jetzt Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Der Tod wurde in den Feuer geworfen. Es wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt eine Rettung aus dem Feuer. Und es gibt einen Feuerwehrmann, der uns gerettet hat aus dem Feuer. Jesus Christus. Er hat sein Leben riskiert, ja sein Leben gegeben, damit wir gerettet werden aus diesem Feuer, aus diesem ewigen Feuer der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Aber der Tod kommt da rein. Keine Frage. Der Tod wird ein Ende haben. Das was uns hier gesagt wird von Agur ist etwas, was für diese Zeit gilt. Aber Gott steht da drüber über diese Natur Gesetze. Der Tod wird ein Ende haben. Der verschlossene Mutterleib, Geschwister, Gott ist größer. Und das, was Jakob und Rahel nicht gemacht haben, das hat aber sein Vater getan, Isaac. Seine Frau war unfruchtbar, Rebekah. Und da steht einfach nur, Isaac betete zum Herrn für seine Frau. Und Gott erhörte das Gebet. 20 Jahre lang mussten sie warten. Aber dann hat Gott erhört und hat ihnen Zwillinge gegeben. und auch einer und wir kennen ja auch noch mehr Beispiele, wo Gott größer ist als das Elend einer unfruchtbaren Frau, wo er eine unfruchtbare Frau erhört in ihrem Leiden, in ihrem Elend, in ihrer Not. Und wir sehen Hannah, die Mutter Samuels des Propheten in 1. Samuel 2. Sie war in einer ähnlichen Situation wie Rahel, nur sie war klüger, sie war weiser als Rahel. Anstatt ihrem Mann Vorwürfe zu machen und sich bei ihm zu beklagen, ist sie von sich aus selber zu dem gegangen, der in ihrer Not ihr helfen konnte, zu Gott, hat ihm ihr Leid geklagt, hat ihn um Hilfe gebeten und Gott hat sie erhört und hat ihr ein Kind geschenkt und sie hat es dem Herrn versprochen es ihm zurück zu geben und das hat sie dann getan sie hat den Samuel dann zum Tempel gebracht und in 1. Samuel 2 betet sie und preist Gott betet ihn an und prophezeit und sie sagt Gott macht alles neu erwendet alles diejenigen die jetzt leiden sie werden von ihm erfreut werden und gesegnet werden und die die jetzt vielleicht in Ungerechtigkeit triumphieren ja die werden das Gericht Gottes erfahren und dann sagt sie in Kapitel 2 Vers 5 die satt waren müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr sogar die unfruchtbare hat sieben Kinder geboren und die viele Kinder hatte welkt dahin der Herr tötet und macht lebendig er führt in den Scheole hinab und wieder herauf was für eine Offenbarung sie hat es am eigenen Leib erfahren Gott ist größer als diese sogenannten Naturgesetze von denen Agur spricht er hat ihre Kinderlosigkeit ihre Unfruchtbarkeit weggenommen sodass sie Frucht bringen konnte und das will Gott auch in unserem Leben machen und er kann es machen durch Christus kannst du ein fruchtbares Leben führen du kannst dein Fleisch mit ihm am Kreuz kreuzigen das Fleisch das immer nur sagt gib her gib her ich will mehr ich will mehr die Sünde in deinem Leben die die nie zufrieden ist die nie genug hat und kannst den empfangen der dich so reich macht dass du keinen Hunger mehr hast dass dein Hunger gestillt ist ja viel mehr dass ein Same hineingepflanzt wird in dir der Frucht bringt die Frucht des Geistes Liebe Freude Frieden Sanftmut Treue Enthaltsamkeit Wisst ihr die Erde die an Wasser nie satt wird wir sind das trockene Land und in Jesaja 44 sagt Gott ich will Wasser senden auf das durstige Land und dann erklärt er was er damit meint mein Volk Israel ich will meinen Geist auf sie ausgießen und dann werden sie aufsprossen wie die Pappeln so schnell in die Höhe wachsen und sie werden sich mit einem Ehrennamen benennen sie werden sagen ich gehöre dem Herrn ich bin ihm eigen ich bin sein wisst ihr was das ist Erweckung Gott sendet seinen Geist und er gießt seinen Geist aus auf dieses trockene Land und plötzlich fängt es an zu blühen und dann sagt Jesus was wunderbares in Johannes 7 er sagt kommt her kommt zu mir was wir letzte Woche gehört haben Vers 37 von Kapitel 7 Johannes Jesus stand auf und rief und sprach wenn jemand dürstet so komme er zu mir und trinke wer an mich glaubt wie die Schrift gesagt hat aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen dies aber sagt er von dem Geist den die empfangen sollten die an ihn glaubten denn noch war der Geist nicht da weil Jesus noch nicht verherrlicht war wisst ihr Gott möchte uns mit seinem Geist erfüllen immer wieder immer wieder so wie das Wasser die Erde immer wieder tränkt das ist ein Wasserkreislauf so sagt Paulus es auch in Epheser 5 Vers 18 lasst euch erfüllen immer wieder tankt euch nicht voll Alkohol sondern lasst euch erfüllen vom Geist Gottes immer wieder immer wieder so wie die Erde das Wasser immer wieder braucht damit die Frucht des Geistes wächst aber hier sagt Jesus du wirst eine Quelle sein wisst ihr du bist du bist du bist ja nicht einfach nur trockenes sandiges Land wo das Wasser rauffällt und es versickert und ist wieder weg nein du bist die Quelle aus dir kommt das Wasser dann hervor glaube an Jesus strecke dich aus lass dich erfüllen von seinem Geist so wirst du eine Quelle sein du wirst nicht nur gesättigt sein du wirst nicht nur zur Ruhe kommen dein Giebher Giebher wird endlich aufhören nein vielmehr du wirst selber geben können wie Gott ein Geber aller guten Gaben ist und das wollen wir beten dass Gott das tut dass Gott uns so erfüllt und uns zu Gebern macht was hat Paulus gesagt Paulus sagt Jesus hat gesagt geben ist seliger als nehmen ist irgendwie ganz kurz und knapp worum es aber eigentlich geht Gott ist der Geber aller guten Gaben er hat uns das Leben gegeben nicht damit wir unzufrieden und hungrig unser Leben dahin leben und immer sagen mehr 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 gibt diese schöne Geschichte von dem kleinen Hebelmann mehr mehr ich will mehr immer mehr gibt so verschiedene Märchen oder der der Fischer und die Frau ist auch nie zufrieden aber Gott will uns zufrieden machen er ist das was wir brauchen er ist das wodurch unsere Seele zur Ruhe kommt von diesem ständigen gib her gib her mehr 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 und er will uns sogar so reich machen so sättigen dass wir statt immer mehr haben zu wollen geben gerne geben gute Gaben geben Liebe üben Zeit geben Herr wir bitten dich dass du das tust in uns wir preisen dich für all die guten Botschaften die wir gehört haben jetzt heute her hilft dass sie sich tief in unser herz in unsere gedanken verankern verankern dass wir davon geprägt sind dass wir wissen dass du der herr jesus dass du den tod überwunden hast für uns dass du uns herausgerissen hast aus dem ewigen feuer der verdammnis dass du uns herausgeholt hast aus einem fruchtlosen leben und einem immer hungrigen nie zufrieden stellenden leben sondern dass du das leben bist die auferstehung und das leben das leben im überfluss für uns herr so wollen wir uns ausstrecken danach und bitten dich dass du uns erfüllst mit dir dass du dein geist ausgießt auf uns dass du uns neu erfüllst und unser Leben wirklich diese Quelle des lebendigen Wassers ist das aus uns heraus sprudelt ins ewige Leben preisen dich und danken dir dass du unser Amen